Also ich bin selber auch Yogalehrerin und unterrichte Yogastunden und habe jetzt auch glücklicherweise heute mal die Zeit gefunden mitzumachen und das hat mir super gut gefallen und auch richtig gut getan und ich habe auf jeden Fall die Veränderung gespürt und die Energiefliesen gespürt danach und das war sehr, sehr angenehm. Die Stimme von ihr ist wirklich ein Traum und ein komplettes Verwöhnprogramm. In dem Sinne vielen, vielen Dank an Kate dafür.